Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Roller Mingwans und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Mountain Blade Bannerlord Und ja, wir sind beim letzten Mal ganz schön auf so einen tollen, verfluchten Greif, auf den, ich glaube das können sogar dasselbe Scheißvieh gewesen sein Das uns dann doch letzten Endes links liegen gelassen hat Und ja, fand ich jetzt nicht so geil, aber okay, passiert halt mal Ähm, was geht denn jetzt ab? Wir machen uns jetzt einfach mal hier auf den Weg nach Junge Haben wir es jetzt? Okay, gut Nice one, schick Was geht denn jetzt ab? Können wir nicht einfach mal zu dieser Stadt ohne Namen, was ist das? Ohne dass wir hier gleich attackiert werden oder was weiß ich noch alles Oh, das ist so eine Art Leekoman, ne? Ja, jetzt nicht mehr Geil Verdammt, das Diebesgesendel hier Ja, da oben ist irgendwas Müssten eigentlich auch irgendwann mal hier ne Ich sag jetzt mal Gibt's nicht vielleicht mal einen gechillten Tag oben Wölfe Scheiße Kira, das ist dein BG hier Irgendwo gegen irgendwas kämpfen wir hier gerade Tötet diese verdammten Geister Scheiße Ich brauche dazu Feuer Ich brauche dazu ein Feuer Gib mir die Gunst des Feuers, verdammt Oder mach's so So geht's natürlich auch Kira macht's allein hier Geil Alter Wir reißen jetzt hier gerade durch die Nacht Und bereuen's eigentlich instantly Gegen jetzt ihr ab, Mann What the fuck Aber bitte, Alter, diese Schwarz-ungeil hier Verdammt, das Alter, untotes Viehzeug hier Was will der jetzt? Aha Oh ja, da wollen wir sowieso hin Let me get that Okay, Leute Wir werden aber heute Nacht erstmal hier ein Nachtlager aufschlagen Und uns dann All das klar Ähm Knusprig gebraten Nice one Wir werden jetzt heute erstmal ein Nachtlager aufschlagen Und bis zum Morgen werden wir uns hier erstmal ausruhen Das krasse ist halt, dass wir hier Ähm Ja Wir schaffen halt Gefühlt durch dieses Durch diese ganzen Zwischenaufträge Schaffst du halt wirklich nicht Nicht gleich genau das, was du immer erreichen Ähm Aber mal sehen Bin auf jeden Fall mal gespannt Beim letzten Mal haben wir hier ordentlich eins aufs Maul bekommen gegen Sind das die? Ich hoffe es ja nicht, gell Ah ne, das sind Goblins Das ist okay Was bist du für einer? Okay, cool Sollten eigentlich mal gucken, dass wir irgendwie unsere Gegenstände mal wieder kombinieren Weil Ich hab keine Heiltränke mehr und das ist kacke Ähm Hat hier irgendeiner? Ah ja Gib mir mal den Ah Sehr gut Ich meine, dass ich damit auch was Ah ne, kann ich leider nicht Aber egal Moment schon mal Geht's hier lang? Vielleicht sogar Ich muss halt immer gucken auf die Karte Dass wir das Ja Das ist tatsächlich Das ist tatsächlich der Weg dorthin Zu unserem Ziel Wunderelixier Cool Goblins Überall beschissene Goblins Verdammte Wölfe Muss ja richtig gegen Tetanus geimpft sein, wie man gegen die kämpft Ein Apfel Auch gut Du magst es dich mit mir anzulegen? Mistvieh Gut getroffen Ach, leck mich doch am MLA Wenn man glaubt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Scheißvieh her Grünlicher Schleim Grünlicher Schleim Was sind denn das hier jetzt für welche? Scheiße Was sind das denn hier für welche? Hey, die sind ja hart unterwegs Ich übernehme den Großen hier Gut erwischt, ey Das gibt's doch nicht Wir müssen es draufhassen Lass es sein Oh ja, du Scheißkerl Kein Interesse daran, jetzt den hier zu verlieren Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich glaub, es hackt, ey Bisschen stärkere Bandit, ne? Scheißkerl, ey Dass der sich erlaubt hier Greift uns hier einfach an Ich glaub, der spinnt so langsam, ey Schlag das halt Oh, gebrauen wir gar nicht Okay Herumtreiber, Halstuch, cool Ein paar Sachen gefunden, machen wir uns auf den Weg Jetzt müssen wir erst mal gucken Wir sind Ja, so halb auf dem richtigen Weg, ne? Eigentlich sind wir total beschissen gelaufen Wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf Ich muss einen Anderen Weg gehen Weil der hier ist, äh, scheiße Sag mal, wie viel Banditen gibt's hier eigentlich? Ich versuchwitze Ich versuchwitze Ja, verdammt doch! was bleibt doch endlich mal tot abgebaut ohne dass die schon wieder auch die scheiße sind tatsächlich die ja ok das ist schon wieder aus hier gibt es saures junge wir haben sie besiegt ey ich hab schon echt gedacht spiel es aus gegen die also viel hat uns mitschie mitschie die jungen und exkult alter freunde das war abzone mit preisdorf ja sollten wirklich weitergehen er hat er recht ich will hier so schnell wie es geht eigentlich weg diese verdammten banditen zu kämpfen hat also ziel gewesen was ist das denn jetzt hier für welche das sind wir für eine hacke auch an so eine art goblin rasse oder sowas in die richtung kira du machst es am alleingang hier da oben ist doch so einer oder das sind sowas wie kobolde sein also auch wie goblins klar aber jetzt auf dem richtigen jetzt mal auf dem falschen weg zwischen gucken ist doch der richtige hier da ist ein riftstein cool wenn wir jetzt schon mal hier sind gucken wir mal ob wir hier nicht vielleicht ein paar etwas stärkere kriegen ich bin jetzt level 17 das gut 11 19 12 ist das sehen 16 aber ich wir haben ja einen guten malen magier haben wir ja schon es nicht so bringt jetzt nicht so viel führt 80 magier hier zu haben ein horn was bist du für einer 10 das bringt ja gar nichts okay wir machen das einfach noch mal so wir verlassen den drift normal und gehen noch mal rein weil brauchen wir brauchen starke leute wenn ich mir überlege diese diese komischen banditen die da aufgetaucht sind junge haben die uns da haben die uns in arten gehalten alter freund juki okay okay oder juki juki wieder mit y geschrieben 11 ex hat dann ich danke dir cool nehmen wir die mit und jetzt gucken wir uns mal um hauptwasser leistet einfach auch nicht schlecht ich bin hat mich in satt meistern einen david mit ihr anheuern definitiv man gut ist aber eine gute wurde geholfen stein mit die vorliegten schallig ist kass taktik zu nahm jetzt sind wir endlich nahe an unserem ziel also von einem der ziele kann man bitte einer diesen verrückten aufhalten sich in jeden scheiß kampf zu stürzen was ist das denn das gibt es doch nicht an jeder ecke trifft man auch irgend so ein mistvieh das sie Das ist kein Gegner mehr für uns Vorsicht, dass der... Autsch, genau, sich auf euch draufsetzt Ich hab's gerade eben selbst gesagt Schön nah an dem bleiben Oh, hab ich gerade das Wüstchen aufgestochen Oh, besiege einen Zykloppen, geil Ein Vasallenauftrag beendet, cool Nice one So, aber jetzt weiter hier Im Text Wo ist der andere Kollege? Wo ist der andere Statue? da hat sie gewagt so eier aufzustellen so noch mehr totes cool 18 sind wir jetzt gut moment sind auf dem richtigen weg saugeil aber ich denke das werden wir alles beim nächsten mal schaffen bis dahin haut rein blöd dabei macht's gut eure länder bis zum nächsten Mal und tschau